Jo Leute, ich wollte mal ein kleines Update geben und zwar sind wir nicht irgendwie beim Fahrradtrip gestorben und irgendwie laden deswegen keine Videos mehr hoch, sondern, keine Ahnung, irgendwie seitdem ich kurz, es war immer so, dass halt abends nach dem Fahrrad fand ich gar keinen Bock mehr das Video zu schneiden und morgens wollten wir immer früh loskommen und dann in Amsterdam war ich, keine Ahnung, zu bekifft, auch zu faul, gar nicht mehr dran gedacht überhaupt irgendwie Videos hochzuladen, aber wir leben noch tatsächlich, wir sind jetzt wieder in diesen, Hippie-Garten gewesen heute Nacht, wir sind schon wieder bei Rehmagen, also schon wieder fast halb zurück zu Hause und ja, Vlogs kommen dann noch die Tage irgendwann von der Hinfahrt, leider keine von Amsterdam, aber ein paar Bilder von Amsterdam werden wir sicher einblenden können, ja, der Jona, der lebt auch noch, Ja, aber wir fahren jetzt mal weiter und ja, gestern haben wir 130 Kilometer geschafft, das war von ungefähr Rheinberg bis nach, kurz nach Bonn, das ist nicht kurz vor Rehmagen hier, kurz nach Bonn, ja, mal schauen wie viel wir heute schaffen, wir versuchen heute 110 Kilometer, 120 sowas zu schaffen, aber entspannter und, aber ich denke mal, wir werden es irgendwie hinbekommen. hinbekommen.